Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie zuhören. Im Namen der Volkshochschule Borken begrüße ich Sie sehr herzlich zu unserem Vortrag. Er wurde noch optimistisch inmitten der Corona-Pandemie auf ein frühzeitiges Ende derselben hoffend als Abendvortrag live geplant. Aufgrund der augenblicklichen Virus-Situation haben wir ihn nun für Sie als Podcast aufgezeichnet. Der Vortrag gehört zu unserer Reihe Geschichte ist mehr. Eine Kooperation von Volkshochschule, Stadtarchiv Borken, dem Heimatverein und dem Farb-Forum Altes Rathaus Borken und trägt den Titel Gecheckt und Geliked – Alles so schön bunt und smart und easy hier. Eine Polemik, ein kultureller Appell wieder die überschäumende Digitalisierungsparole. Natürlich hat es eine gewisse Augenzwingerde-Gomik, dass nun ausgerechnet dieser Vortrag zum angekündigten Termin nicht analog stattfinden kann. Allerdings empfinde ich gerade diesen Umstand als besonders reizvoll. Er wird im Folgenden inhaltlich vor allem um Aufmerksamkeit gehen, um Konzentration, auch um den Kampf um Beachtung, um Zugewandtheit und um fundierte Dichte. Ich freue mich, wenn Sie aufmerksam zuhören, unabgelenkt durch Bilder, nur geleitet durch Stimmen und Texte, konzentriert bis zum Ende und sich abschließend eine eigene Meinung bilden. Die beiden Stimmen, denen Sie folgen können, sind von Dr. Norbert Fasse und Markus von Hagen, die beide, jeder auf seine Art, Experten sind beim Thema Kultur, deren Inhalt und Weitergabe. Unser Gast Markus von Hagen, der für uns hier als Rezitator mit Texten von Kurt Tucholsky und anderen Autoren parallelen zu alten Herausforderungen aufzeigt, lebt in Münster und arbeitet als Kabarettist in der Erwachsenenbildung und bietet Literatur- und Musikprogramme an. Geboren in Franken, verschlug es ihm nach dem Abitur 1975 nach Westfalen zum Zivildienst, bevor er sowohl in Marburg als auch in München nach dem Studium je einen Magistertitel in Philosophie sowie Kunstgeschichte und Literaturwissenschaften abschloss. Über Wien gelangt er schließlich wieder nach Münster und lehrt hier, sowie regelmäßig auch seit 1999, in der Schwabenakademie Irsee in Bayern. Dr. Norbert Fasse ist Leiter des Stadtarchivs Borken und in dieser Funktion unmittelbar befasst mit einem zentralen Kulturerbe der Stadt Borken, mit Fragen der Verlässlichkeit von Quellen und Dokumenten, deren dauerhaften physischen Erhalt und den Grenzen der Digitalisierung. In Westfalen geboren, studierte er Geschichte, Germanistik und Pädagogik in Münster und Essen, vertiefte seine Forschung als Historiker in einer Promotion und später als Leiter des Stadtmuseums in Borken mit Sonderausstellungen, die er mit vielen, auch literarisch-musikalischen Begleitprogrammen ausstattete. Auch gemeinsam waren die beiden manchmal mit weiteren SchauspielerInnen und MusikerInnen in mehreren Bühnenprogrammen schon zu sehen. Freuen Sie sich mit mir hier und jetzt auf Ihren neuesten Hörbeitrag. Ein Wort vorab aus Kurt Tucholskys Ratschläge für einen schlechten Redner, erteilt in der Vossischen Zeitung im November 1930. Fang nie mit dem Anfang an, sondern immer drei Meilen vor dem Anfang. Etwa so. Meine Damen und meine Herren, bevor ich zum Thema des heutigen Abends komme, lassen Sie mich Ihnen kurz, hier hast du schon so ziemlich alles, was einen schönen Anfang ausmacht. Eine steife Anrede, der Anfang vor dem Anfang, die Ankündigung, das und was du zu sprechen beabsichtigst und das Wörtchen kurz, so gewinnst du ihm nur die Herzen und die Ohren der Zuhörer. Denn das hat der Zuhörer gern, dass er deine Rede wie ein schweres Schulpensum aufbekommt, dass du mit dem Trost, was du sagen wirst, sagst und schon gesagt hast, immer schön umständlich. Kümmere dich nicht darum, ob die Wellen, die von dir ins Publikum laufen, auch zurückkommen. Das sind Kinkerlitzchen. Sprich unbekümmert um die Wirkung, um die Leute, um die Luft im Saale. Immer sprich, mein Guter. Eine Rede ist, wie könnte es anders sein, ein Monolog, weil doch nur einer spricht. Du brauchst auch nach 14 Jahren öffentlicher Rednerei noch nicht zu wissen, dass eine Rede nicht nur ein Dialog, sondern ein Orchesterstück ist. Eine stumme Masse spricht nämlich ununterbrochen mit. Und das musst du hören. Der Ton einer einzelnen Sprechstimme ermüdet. Sprich nie länger als 40 Minuten. Suche keine Effekte zu erzielen, die nicht in deinem Wesen liegen. Ein Podium ist eine unbarmherzige Sache. Da steht der Mensch nackter als im Sonnenbad. Nun, meine Damen und meine Herren, das Sonnenbad und die Figur, die wir darin machen würden, ersparen wir Ihnen und uns, denn rein optisch haben wir eigentlich nichts Umwerfendes zu bieten. Wir heißen weder Lanz noch Zamparoni. Ein reines Audio-Feature also, zwei Sprecher, keine Bilder. Wir vertrauen auf das wohlgesetzte Wort, auf etwas humoristischen Dusel und auf genügend sprachliche Nuancen, die wir aus fremder Feder leihen und die uns hoffentlich hier und da selbst einfallen. Und wir wünschen uns sehr, dass Sie sich darauf einlassen und es, einmal sage ich es jetzt, genießen können. Zum Genießen werden Sie ansonsten ja schon permanent mit großer Penetranz genötigt, digital und nicht digital. Und da Sie online auch ständig dahin geteasert und getriggert werden, simultan zu kommentieren, was wir noch gar nicht zu Ende gehört oder gesehen haben, möchten wir Ihnen auch dieses Multitasking ersparen. Nein, zurückgelehnt, entspannt, aber aufmerksam, so möchten wir Sie vor unserem geistigen Auge sehen können. Ein Glas Wein darf gern bereitstehen, wenn es Ihnen im Verlauf des Programms allerdings vor Schreck oder aus lauter Verdruss umkippt, haften Sie bitte selbst. Und noch eine salvatorische Klausel. Für alle resonierenden und eifernden Passagen bin im folgenden Ich verantwortlich. Markus von Hagen beschränkt sich weiterhin auf die Darbietung von Texten unbestrittener Autoritäten. Er ist also fein raus, aber Sie können ihn hier und da ruhig der geistigen Kumpanei bezichtigen. Er wird sich schon nicht wehren. Sie haben es im Übrigen längst bemerkt, wir bieten heute Abend keine streng rationale, medienwissenschaftliche Analyse, sondern gehen von vernunftbegabter, erfahrungsgesättigter Alltagsbeobachtung aus. Humor scheint uns ein probates Mittel, denn Sie können sich als Adressat und Adressatin, wir gendern übrigens nicht durchgängig, außer bei Eichenprozessionsspinnerinnen und Spinnern, also als Adressatum können Sie sich zurücklehnen und aus der Affäre ziehen. Die machen ja nur Spaß, ich muss da gar nicht drauf reagieren. Für uns ist das dann von besonderem Vorteil, wenn der einfache Vokativ unversehens zum Vokativ Majestatis, zum sogenannten Vorgesetzttum mutiert. So Sie zu dieser höherer Kategorie zählen, betrachten Sie uns bitte als Ihre Hofnarren. Wir sind dann beide fein raus, hoffentlich ungeschoren. Offene Publikumsprovokationen überlassen wir ansonsten noch Kurt Tucholsky, der das manchmal auch nur unter Pseudonym getan hat, etwa als Theobald Tiger in der Weltbühne im Sommer 1931. An das Publikum Oh, hochverehrtes Publikum, sag mal, bist du wirklich so dumm, wie uns das in allen Tagen alle Unternehmer sagen? Jeder Direktor mit dickem Popo spricht, das Publikum will es so. Jeder Filmfritze sagt, was soll ich machen, das Publikum wünscht diese zuckrigen Sachen. Jeder Verleger zuckt die Achseln und spricht, gute Bücher gehen eben nicht. Sag mal, verehrtes Publikum, bist du wirklich so dumm? So dumm, dass in Zeitungen früh und spät immer weniger zu lesen steht? Aus lauter Furcht, du könntest verletzt sein. Aus lauter Angst, es soll niemand verhetzt sein. Aus lauter Besorgnis, Müller und Kohn könnten mit Abbestellung drohen. Aus Bangigkeit, es käme am Ende einer der zahllosen Reichsverbände und protestierte und denunzierte und demonstrierte und prozessierte. Sag mal, verehrtes Publikum, bist du wirklich so dumm? Ja, dann, es lastet auf dieser Zeit der Fluch der Mittelmäßigkeit. Hast du so einen schwachen Magen? Kannst du keine Wahrheit vertragen? Bist also nur ein Grießbreifresser? Ja, dann, ja, dann verdienst du's nicht besser. Ich hoffe, ihr Glas Wein steht noch, meine Damen und meine Herren, und Sie behalten hübsch die Nerven. Denn entgegen Tucholskys sonst sehr brauchbaren Ratschlägen für Redner müssen wir doch um einiges vor dem Anfang anfangen, ernsthafter werden und etwas über die Dörfer gehen. Wir hoffen damit, einem Vorwurf zu entgehen, gegen den sich der große Kritiker bereits 1919 hat wehren müssen, nur negativ zu sein. Denn unsere beider Ausgangspunkte sind positiv, und davon haben wir manche. Das haben wir ja schon eingangs zertifiziert bekommen. Im Ernst und allgemeiner, wenn und soweit wir als Kulturwissenschaftler, als Rezitatoren und sonst wie Darbietende Themen der Geschichte und Werke der Kultur erschließen und vermitteln, Texte eines Tucholskys etwa, dann sollten wir empfänglich sein, uns berühren und inspirieren lassen von dem, was wir zu vermitteln haben. Das gilt unseres Erachtens auch für Veranstalter und Vermittler in Kultur- und Bildungseinrichtungen, für Lehrerinnen und Lehrer in Schulen. Wir sind hoffentlich alle miteinander keine Jahrmarktsverkäufer, denen es einerlei ist, ob sie Fisch oder Lakritz verkaufen. Das möchte ich kurz an einem konkreten Beispiel verdeutlichen. Ich meine, das Leben und Werk des Zeichners, Grafikers und Bildhauers Otto Pankock mit dem ich mich längere Zeit nebenher beschäftigt habe. 1893 geboren, war Pankock nur drei Jahre jünger und daher ein Zeitgenosse von Tucholsky. Gestorben ist er 1966. Den Ersten Weltkrieg hat er traumatisiert überstanden. Die turbulenten 20er Jahre hat er in Düsseldorf gelebt, wo er an dem provokanten Aufbruch des jungen Rheinlands in die künstlerische Moderne beteiligt war. Pazifist war er, seit Anfang der 30er ein Hitlergegner, in den 1950er Jahren kurzzeitig Akademielehrer von Günter Grass. Bekannt ist er bis heute für seine Holzschnitte und seine großformatigen Kohlezeichnungen, in denen er etwa Düsseldorfer Sinti und Roma porträtierte oder etwa für seine Grafiken gegen Wiederbewaffnung und Vietnamkrieg. Bekannt ist vielleicht auch sein großer Passionszyklus, mit dem er die Opfer der NS-Verfolgung ins Bild setzte und für seine Serie zum jüdischen Schicksal. Seit Lebens war er als Mensch und Künstler der Natur und Kreatur eng verbunden. Daher lebte er mit seiner Frau, der Journalistin Hulda Pankock und der künstlerisch arbeitenden Tochter Eva seit seiner Emeritierung auf Haus Esseld in Hünxe-Drevenack bei Wesel. Man kann sagen, er war engagierter Künstler und er war engagierter Zeitgenosse. Will man Leben und Werk von Pankock gerecht werden, so gilt es einerseits, ihn in der Kunst-, Kultur- und Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts zu verorten. Wir Gegenwärtigen betrachten Biografie und Werk andererseits auch im Lichte von Problemen, die uns heute beschäftigen. Wir projizieren unsere Gegenwartsfragen also zurück auf die Vergangenheit. Das ist legitim und das ist durchaus ertragreich. Nur drei Grundgedanken von Otto Pankock möchten wir anführen, die uns heutige, wie ich finde, unvermittelt viel sagen können. Etwa aus dem April 1922, der katastrophale Erste Weltkrieg lag erst dreieinhalb Jahre zurück. Effekt, Glanz, Esprit. Man sucht nach Malerei und nicht nach Wahrheit. Auf die Wahrheit aber kommt es an. Und Malerei kommt dann ganz von selbst. Nach diesem blöffellosen Ausdruck der Wahrheit muss gesucht werden. Nach dieser Idee. Sie ist Fundament und Baumaterial. Unser Glaube ist hin. Unser Wissen zerschmolz. Für uns blieb nur eins. Handeln. Auf die Wahrheit losgehen. Und ob das schön ist? Was soll uns das? Oder ein Appell aus dem Jahr 1930. Genug Organisation. Genug Witze. Genug Erfindungen. Genug Wichtigtuerei. Genug Eitelkeit. Und mehr Gedanken. Größere Dichte. Mehr Gehalt. Mehr Wahrhaftigkeit. Oder Otto Pankocks Postulat aus dem Jahr 1948. Kunst ist immer ein Wagnis. Ein Abenteuer, bei dem man Mut zu haben hat, sich selber einzusetzen. Den Mut, sich selber einzusetzen, ohne den geht es auf unserem Arbeitsfeld nicht. Denn nicht nur als Referenten und Rezitatoren, auch als Vermittler und Projektmanager sollten wir uns dem geistig gewachsen zeigen, was wir darbieten bzw. veranstalten. Wir sollten einen Begriff, zumindest eine Ahnung von den Dimensionen und Facetten eines Werkes und von der Epoche haben, der es entstammt. Schönheit ist nichts ohne Relevanz, so hat es Karin Schmidt-Friedrichs, die damalige Vorstandsvorsitzende der Stiftung Buchkunst, 2012 ausgedrückt. Um sich im Sinne eines Otto Pankocks selber einzusetzen, ist aber noch ein weiteres nötig. Sich die eigenen Ausgangspunkte klarzumachen. Erkenntnisleitende Interessen offen zu legen, hieß das früher mal in selbstreflexiver und ideologiekritischer Absicht. Ich meine das, was alle qualifizierten Vermittler und Pädagogen schon bei der Auswahl von Inhalten brauchen und was ohnehin hineinspielt. Einen reflektierten inneren Kompass, das heißt ein Menschenbild und einen Begriff von unseren gesellschaftlichen Verhältnissen. Nur dann können wir zum Beispiel ein federführendes Gegenüber sein für Webdesigner, Ausstellungsgestalter und digitale Inszenierer, die wir zur zeitgemäßen Aufbereitung von Leben und Werk eines Künstlers einbeziehen. Denn wenn man kein fundiertes Standing hat und dann noch die falschen beauftragt, konditionieren und konfektionieren sie einem die Inhalte und Werke, womöglich in der uniformen Sprache und visuellen Syntax des digitalen Infotainments. Manche Projekt- und Kulturmanager sind dann versucht, so etwas mitzutragen und voranzutreiben, weil es ihnen als professionell erscheint. Jedenfalls, wenn sie in ihrer Ausbildung zu wenig Grundlagen erworben haben, etwa in Kunst, Literatur und Musikgeschichte, in allgemeiner Geschichte oder einem angewandten künstlerischen Fach. Und vonnöten ist vor allem ein Problembewusstsein für den immensen Strukturwandel des Öffentlichen, der sich in wachsender Beschleunigung vollzieht und den wir alle wie in einem Strudeln mitvollziehen, wohl oder übel. Hans-Heinrich Große-Brockhoff, langjähriger Kulturdezernent der Stadt Düsseldorf und Kulturstaatssekretär des Landes Nordrhein-Westfalen, hat im Jahr 2005 in einer, wie ich finde, nach wie vor bemerkenswerten Rede gesagt. In einer Zeit, in der an einem Tag auf uns mehr Bilder, Zeichen, Töne, Informationen einstürmen, als noch vor 200 oder 150 Jahren auf einen durchschnittlichen Bürger in seiner ganzen Lebensspanne, hat die Einübung unserer Wahrnehmungsfähigkeiten in keiner Weise mitgehalten mit dieser Beanspruchung, mit diesem Boom, sodass wir Probleme haben, heute selbstbestimmt wahrzunehmen und nicht fremdbestimmt durch die Medien zu sehen, zu hören, zu fühlen, zu riechen. Diese Diagnose ist 16 Jahre her, der medial-digitale Overkill hat sich seither nochmals potenziert, ein Inhalten ist nicht in Sicht. Alles so schön bunt hier, sagt Ihnen diese provokante Feststellung noch was? Gesungen von der aus der DDR geflüchteten Nina Hagen in ihrem rotzig-punkigen Song »Ich glotz TV«? Im Jahr 1978 war das, als es noch kein Privatfernsehen, geschweige denn das Internet und die sogenannten sozialen Medien gab. Ich muss Ihnen gestehen, ich fand den Nina Hagen-Zong damals richtig, richtig treffend. Nun, 40 Jahre später, empfinde ich ihn als geradezu rührend. Denn heute liefern uns allein die Öffentlich-Rechtlichen an jedem Tag, den Gott kommen lässt, 3000 Sendestunden. Den TV-Overkill hunderter zu empfangender Privatsender versuche ich ja erst gar nicht zu beziffern, ebenso die digitalen Cross-Media-Angebote von ARD, ZDF und Co. und all das, was uns die Zeitungsportale, was uns Facebook, Twitter, YouTube, Instagram und Xing, die Podcast- und Streaming-Dienste, unser E-Mail-Provider und das gesamte übrige World Wide Web rund um die Uhr offerieren. Es ist ein gigantisches Überangebot, das uns Mediennutzer hoffnungslos überfordert. Es herrscht ein dramatisches Missverhältnis zwischen Angeboten einerseits und geistig und mental überhaupt aufzubringenden Aufnahmekapazitäten andererseits. Aufmerksamkeit, unser allerbegrenzter Aufmerksamkeit, ist auf diesem brutal umkämpften Markt längst zu entscheidenden Ressourcen geworden, denn es ist ein immenses, globalisiertes Kapital im Spiel. Auf allen Kanälen, in allen Mediensparten sind wir beständig einer appellativen, oft geradezu aggressiven Aufdringlichkeit ausgesetzt, die längst alle Register der suggestiven Werbung nutzt und diese weiter und immer perfider verfeinert. Quote halten, User binden, Follower gewinnen mit immer neuen Gimmicks ist die alles beherrschende Devise. Solchermaßen umgarnt fühlen wir uns als die Kings und Queens des digitalen Universums. Alles können wir uns scheinbar sofort und jederzeit und unbegrenzt verfügbar machen. Alles und nichts können wir, weil mit Pseudonymen unterwegs, folgenlos posten, liken, kommentieren und nassforsch bewerten. Smart muss es sein, was einem geboten wird. Seinen Vorteil muss man sich sichern, jetzt und sofort. Fun und Entertainment muss es bringen. Geduzt wird man im Netz mittlerweile fast durch die Bank. Und weil es alles eigentlich viel zu viel ist, wird gnadenlos vereinfacht und unsere infantile Regressionsbereitschaft getriggert, die angesichts des Overkill längst aufkommt. Gecheckt und geliked, alles so schön bunt und smart und easy hier, möchte man Nina Hagens Songtitel fortschreiben. Wir sind auf dem besten Wege zum homo faba digitalis adque commercialis et infantilis zu mutieren. Wenn Sie nun kein passionierter Lateiner sind, was man weiß Gott nicht sein muss, und wenn Ihnen diese Wendung gerade sowieso zu lang war, können Sie von mir aus zwei Adjektive streichen. Zumindest das digitalis, lassen Sie aber bitte stehen, denn die Herzpatienten unter uns wissen sehr wohl, dass digitalis in Überdosis gänzlich unbekömmlich ist. Es führt zum Exitus subito. Zu viel Rage finden Sie, meine Damen und meine Herren. Übertriebener Furoer, müder Karlauer. Nun versuchen wir zu sortieren. Beginnen wir mit unserem alten Leitmedium. Der Physiker Ranga Yogeshwar hat 2017 aus langjähriger öffentlich-rechtlicher Moderatoren-Erfahrung geschrieben, was uns eigentlich allen bekannt ist. Als Fernsehjournalist habe ich hautnah erlebt, wie sich das Diktat der Quote ausbreitete und das Programm immer stärker prägte. Durch die kommerzielle Konkurrenz reduzierte sich die Reichweite von ARD und ZDF. Die Programmschemen wurden also umgestellt. Interessante, aber weniger zuschauerstarke Sendungen wurden aus dem Hauptabendprogramm gedrängt und mit der Zeit führte dieser Kampf um Aufmerksamkeit zu einer bemerkenswerten Ausdünnung der Inhalte. Wir orientieren uns am Zuschauer, lautete das Credo eines Intendanten, obwohl die Aufgabe von Journalisten doch darin besteht, den Menschen Orientierungshilfen anzubieten. Wir orientieren uns am Zuschauer. Diese Intendantendevise könnte man mit dem Kabarettisten Volker Pispas auch so übersetzen. Mir nach, ich folge euch. Das macht den willfährig kalkulierenden Populismus deutlich, der nicht nur bei Medienverantwortlichen Platz greift, sondern auch in der Politik und in der Kultur auf dem Vormarsch ist. Immer häufiger fehlt der Mut, einem wohlbegründeten inneren Kompass zu folgen. Richten wir mittlerweile alles nach den Kategorien und Mechanismen eines neoliberalen Marktes aus, nach dem unteren Mittelmaß des Mainstreams und der ominösen Mitte? Jedenfalls wird quer durch die Bank fast nur noch von Angeboten schwadroniert. Von Medienangeboten, Bildungsangeboten, Kulturangeboten, Mobilitätsangeboten, allerdings von Impfangeboten und insbesondere von Politikangeboten. Der Markt bringt das Heil, wenn wir nur alles zur Ware machen. Darauf kommen wir zurück. Folgen wir erst noch ein wenig Ranga Yogeshwar. Er hat den italienischen Schriftsteller und Philosophen Umberto Eco folgendermaßen zitiert. Das Fernsehen präsentiert als Ideal den totalen Durchschnittsmenschen. Der Zuschauer sieht das Abbild seiner eigenen Beschränktheit glorifiziert. Umberto Eco's etwas böse anmutende Diagnose ist 60 Jahre alt. Und verifizieren können sie sie nach wie vor besonders schön beim Proll-TV und seinen Serien gestalten. Yogeshwar schreibt weiter Die wachsende Zahl der TV-Kanäle führt zu einer gegenseitigen Kannibalisierung. Und so werden wir alle Zeugen einer geradezu grotesken Schlacht um die Aufmerksamkeit des Zuschauers. Wie auf einem Gemüsemarkt wird das Geschrei der Händler umso lauter, je größer die Konkurrenz ist. Längst haben wir uns an die Suche nach Superstars und Supertalenten gewöhnt und daran, dass Fußballspiele als Mega-Events mit pseudoreligiösen Zügen inszeniert werden. Der Trend zur Übertreibung und zur Überinszenierung ist eine Art Hilferuf, ein Bleiben Sie bei uns, denn nur so kann man abwandernde Zuschauer zurückpfeifen. Das große Unterhaltungsfernsehen ist inzwischen zu einem reinen Business mutiert und gehorcht den Gesetzen von Kosten und Quote. Studios, Quizregeln und Moderatoren sind mittlerweile derart normiert, dass sie austauschbar erscheinen. Die geladenen Rate-Teams reisen ohnehin unentwegt von einer Quizshow zur nächsten. Trotz aufwendiger Lichteffekte, Jingles und Klangteppichen ertrinken solche Formate in ihrer eigenartigen Gleichförmigkeit. Die nahezu alles beherrschende Antwort des medienindustriellen Komplexes ist die robuste Trivialisierung. Durch Personalisierung, durch Emotionalisierung und Skandalisierung, durch Vereinfachung von Nachrichten auf griffige Botschaften bis in die Sprache hinein. Was lange Zeit auf den Boulevard und Yellow Press beschränkt war, ist ubiquitär geworden, auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Unterschiede findet man nur in der derzeit noch sichtbaren Abstufung. Die Macht der Medien hat unsere Demokratie schon längst und lange zur Mediendemokratie werden lassen. In den Medien wird Politik inszeniert und dort inszenieren sich die Volksvertreter. Die Talkshows haben den Parlamentsdebatten längst den Rang abgelaufen und folgen einem je eigenen Geschäftsmodell, zumal die Produktionsfirmen der Shows den Moderatoren ganz oder teilweise gehören. Auch dazu hat Ranga Yogeshwar Erhellendes geschrieben. Politische Talkshows werden immer öfter zu Unterhaltungsforen und alleine die Besetzung verrät, worum es den Machern eigentlich geht. Wie in einer Aufführung der Comedie de l'Art sitzt der Böse neben dem Guten, der Harlequin neben dem Besonnenen. Der Simplicio sorgt dafür, dass die Dinge stets in einfachen Worten erläutert werden und dann spricht noch die Betroffene, die das Feuer der Gefühle entfacht. Es wird gestritten und selten diskutiert. Nie wird man Zeuge einer wirklichen Einsicht. In rhetorischen Scharmützeln gehen die Gegner aufeinander los und wenn das Feuer auszugehen droht, wird es mit einem provokanten Kurzbeitrag erneut entfacht. Nach der Sendung verlassen die Protagonisten die Arena, um sich wenige Tage später in einer anderen Runde erneut zu streiten. Die Themenwahl orientiert sich an der aktuellen Aufmerksamkeitswelle und in manchen Wochen behandeln alle Shows dasselbe Sujet. Wie eine hysterische Epidemie breitet sich ein Thema aus und besetzt Titelseiten und Gesprächsrunden. Der wechselseitige mediale Verweis suggeriert dabei eine scheinbare Wichtigkeit, denn wenn alle darüber sprechen, dann muss es doch bedeutend sein. Als Erregungsbewirtschaftung hat Yogeshwar das zugrunde liegende Geschäftsmodell an anderer Stelle bezeichnet. Ein sehr prägnantes Beispiel liegt schon einige Jahre zurück. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Debatte um den damaligen Bundespräsidenten Christian Wulff. In investigativem Furor hat da die Süddeutsche Zeitung mit der Bild-Zeitung um die Aufdeckung und Skandalisierung vermeintlicher Verfehlungen gewetteifert. In der SZ-Redaktion vorneweg peinlicherweise Heribert Prantl und sein ansonsten ebenfalls seriöser Kollege Hans Leihendecker. Sie wissen, was von den Vorwürfen übrig blieb, meine Damen und Herren, quasi nicht viel mehr als ein Bobby-Car. In den Talkshows saßen sie in der heißen Phase allabendlich hoch zu Ross und hielten Gericht vor einer Millionengemeinde. Keiner pochte da auf Feierabend, im Wortsinn nicht und im Übertragenen erst recht nicht. Auch wenn man Showdowns inszenieren kann, wie im Rahmen des Bayerischen Wahlkampfes im Jahr 2018 den Dauerbrenner Horst Seehofer gegen Angela Merkel, dann laufen die Medien zu Hochform auf, dann kommt die Aufregungsmaschinerie gar nicht mehr zur Ruhe. Personalisierung, Emotionalisierung, Duell, kein Testbild nirgends. Bereits Anfang 2012, während der Causa Wulff, ging mir durch den Kopf das große Gebläse, ein neuer Leviathan, dem es schon lange nicht mehr reicht, lediglich seriösen Ventilatorendienst zu tun. Eine zu scharfe Polemik, ein Zerrbild, meine Damen und Herren. Zugegeben, die Corona-Pandemie hat in Teilbereichen eine gewisse Mäßigung bewirkt. Und wo das Positive bleibt, fragen Sie, wo der versprochene kulturelle Appell, um etwas Geduld müssen Sie sie noch bitten. Woher die beschriebenen Tendenzen kommen, das hat sehr gut der Schriftsteller Friedrich Christian Delius beschrieben. Unter dem Titel »Wenn die Chinesen Rügen kaufen, dann denkt an mich« hat er ein fiktionales Tagebuch geschrieben, das im Winter 2017-18 angesiedelt ist. Darin notiert der Ich-Erzähler, ein geschasster, weil zu kritischer Journalist einer Wirtschaftszeitung, von den Kollegen Kassandra genannt, »Es schießen zu viele Meinungen durch die Welt. Das permanente Gerangel um Aufmerksamkeit entfernt die Leute voneinander und macht sie kirre. Jemand hat kürzlich vom permanenten Konfrontationshagel gesprochen. In unserer Journalistenzunft gibt es zu viele medienservile Figuren. Bevor in der Presse, im Fernsehen von einem Ereignis halbwegs berichtet und solide recherchiert wird, beeilt man sich schon zu berichten, wie die Stimmung im Netz ist, was die sozialen Medien kommentieren. Aber niemand bedenkt, dass die, die da aktiv sind, zu viel Zeit haben oder arbeitsfaul oder Berufsmäckerer oder Trolle sind. Jedenfalls in keiner Weise repräsentativ für die Gesellschaft. Das alte Lied auf neuesten Algorithmen. Wer möglichst schnell und möglichst heftig, also möglichst kenntnislos, möglichst undifferenziert, möglichst dumm, reagiert, wird zitiert, wird wahrgenommen, kriegt Klicks und Werbegeld. In der Tat hat man oft genug den Eindruck, dass die Online-Redaktionen der großen Zeitungen und Sendeanstalten sich von den sogenannten sozialen Netzwerken treiben lassen und die Print- und Senderredaktionen wiederum von ihren Online-Redaktionen getrieben werden, sofern sie denn personell überhaupt noch voneinander getrennt sind. Cross-Media bis in die sozialen Netzwerke hinein scheint für viele Verlags- und Funkhäuser ja das Allheimmittel schlechthin geworden zu sein. Aufmerksamkeitsökonomie und Erregungsbewirtschaftung also aller Orten und unübersehbar schwingt Existenzangst mit. Systemisch wohnt dem ein tendenzieller Nihilismus inne. Wenn ich auf Portalen überregionaler Zeitungen beständig aufgefordert werde, Artikel zu kommentieren und dann etwa bei Zeit Online sehe, dass manche Beiträge zum Beispiel schon 895 Kommentare aufweisen, vor der Pandemie wohlgemerkt, dann frage ich mich zweierlei. Erstens, was denkt sich die Zeitgeschäftsführung dabei? Meint sie, ich lese all das Zeug? Glaubt sie, ich schreibe jetzt frisch motiviert den 896. Kommentar? Was ist das für ein Verständnis von Journalismus? Und dann wird mir klar, es geht nur um Userzahlen, weil die für die Werbetarife entscheidend sind, jedenfalls im Netz. Einen Kommentar aussagen müssen die Portalmacher doch auf geradezu methodische Weise desinteressiert sein. Und zweitens frage ich mich ähnlich wie Kassandra, wo kommen die ganzen Leute her, die da kommentieren? Das ist ja nicht der einzige Onlineartikel mit einer Unmenge von Leserreaktionen. Solche User geben wahrscheinlich auch noch auf anderen Portalen ihren Senf dazu. Und wie viele Stunden verbringen sie damit? Und was versprechen sie sich davon? Was ist das für ein verquerer Kick vermeintlicher Selbstwirksamkeit, der dabei rauskommt? Oder hat Zeit Online Mietschreiber engagiert? Nun ja, sind sie noch da, meine Damen und Herren? Haben sie noch Wein in der Flasche? Sind sie geplättet? Falls es sie tröstet? Wir sind es auch, und zwar immer wieder neu, wenn wir uns diesen medialen Alltag vor Augen führen. Und damit sind wir beim Visuellen, bei den digitalen Bildelementen, die uns im Netz hyperinflationär aufs Auge gedrückt werden und die wir selbst ins Netz schicken. Schon an ereignisarmen Werktagen bedauere ich manches Mal die Tagesthemen-Moderatoren. Gegen Mega-Bildwände müssen sie sich behaupten, mit denen die von ihnen gesprochenen Meldungen überwölbt werden. Eine auf uns Zuschauerinnen und Zuschauer berechnete Überwältigungsinszenierung. Nicht mehr das klare Wort, die rationale Nachricht oder Einsicht, sondern das inszenierte Bild wird zur entscheidenden Botschaft zum manipulativen Informationsträger. Suggestive, nach Werbemanier vereinfachte Bilder, die Emotionen stimulieren, das ist die penetrante Einheitswährung geworden. Längst haben sie seriösen, kompositorisch vielschichtigen Bildjournalismus verdrängt. Dasselbe prägt auch die vermeintliche Fortentwicklung von Websites. Die suggestiven Bildelemente erschlagen alles, kommt es mir manchmal vor. Hauptsache Empathie, Emotionen und affektive Anbindung herauskitzeln. Am besten Emotionen pur, wie in der Spatessport auf unerträglich penetrante Weise. Hauptsache wir User checken, liken und kommentieren, auf das wir nicht allzu schnell zum nächsten Web-Performer vagabundieren. Welch fragwürdige Interaktionen unter solchen gesamtmedialen Rahmenbedingungen zwischen Politik und Medien sich eingeschliffen hat, welche Interaktionen von Inszenierung und Selbstinszenierung, das sehen Sie ja täglich selbst, meine Damen und Herren. Längst haben die Parteizentralen von den Fußballkonzernen gelernt. Unsere Spitzenpolitiker treten zum Presse-Statement meist vor Roll-Ups mit großem Parteilogo auf. Parteien als Marke. Entsprechend sprechen sie auch ganz unbefangen von ihrem Markenkern, von Politikangeboten und Mitbewerbern. Wir müssen unser Profil schärfen, wir brauchen ein Alleinstellungsmerkmal, Politik als gefällig aufgemachte Ware, Demokratie als ständig umkämpftes Marktgeschehen. Und dann die ganzen auf Infotainment zielenden Sportmetaphern. Das ist nicht spielentscheidend. Wir sind gut aufgestellt. Wir haben einen guten Aufschlag gemacht. Der Ball liegt im Feld der anderen. Wir wollen nicht nur von der Seitenlinie aus eingreifen. Zudem grassiert eine Verkürzungsrhetorik, die Handlungsfähigkeit, Entschlossenheit, umstandslose Machbarkeit und Eventcharakter suggerieren soll. Ständig finden sogenannte Gipfel zu allem und nichts statt. Legendär war übrigens der Koalitionsgipfel auf der Zugspitze mit Herrn Dobrindt als Gastgeber. Einmal im bildmächtigen Mittelpunkt nach all der Medienschelte in Sachen PKW-Maut während der letzten Legislatur. Oder es werden Sonderkabinette gebildet. Ständig nimmt etwas Fahrt auf oder fährt vor die Wand oder wird mal wieder auf Verschleiß gefahren wie der Bundeshaushalt. Als wären wir Politik nur begreifen würden, wenn man uns in unserer Autofahrerseele anspricht. Auch das grüne Spitzenduo, vor Kameras in allzeit jugendlichem Gestus unwiderstehlich gut gelaunt, tut sich mit rhetorischen Stilblüten hervor. Da wird adressiert und generiert, was das Zeug hält. Ansonsten gilt es, starke Zeichen zu setzen, klare Signale zu senden. Die rhetorische Entschlossenheit kaschiert kaum, dass es sich so manches Mal um reine Symbolpolitik handelt, die die aufregungsbereite Öffentlichkeit besänftigen soll. Und wenn es besonders schlimm steht, wird es auch mal martialisch. Da packt ein Bundesfinanzminister die Bazooka aus, da macht er von Stund an nur noch Politik mit Wumms. Wie schlicht halten uns unsere Politikerinnen und Politiker eigentlich? Meinen Sie, wir hören nur noch auf Twitter-Slang? Und ohne es jetzt auf Herrn Scholz beziehen zu wollen, manchmal weiß man vor lauter Inszenierung und Wohlfühlrhetorik nicht mehr recht zu sagen, ob man auf dem Bildschirm nun einen verantwortungsbewussten Minister oder einen Ministerdarsteller sieht. Ministerinnen übrigens ausdrücklich eingeschlossen. Ist das die marktkonforme Demokratie, zu der sich unsere Kanzlerin vor der Corona-Pandemie wiederholt bekannt hat? Ist das unsere immer wieder beschworene Leitkultur? Corona-Krise hin oder her? Das ist nicht mal Kulturleid. Und ich habe mich in den letzten Jahren geweigert, sowas meinem muslimischen Nachbarn zu verkaufen. Mit Otto Pankock möchte man manchmal ein Stoßgebet gen Himmel senden. Reicht es Ihnen, meine Damen und Herren? Dann erspare ich Ihnen lieber Ausführliches über den WDR Hörfunk, der uns auf mindestens drei von fünf Kanälen mit wohlkonfektioniertem Infotainment und robust guter Laune versorgt. Die Moderatorinnen und Moderatoren immer getreu der Devise, uns ficht gar nichts an. Und alle Viertelstunde wird beteuert, dass der WDR doch nun wirklich der Inbegriff des Westens sei. Aber mehr dazu jetzt lieber nicht. Was gestrichen ist, kann beim Publikum nicht durchfallen, wusste schon Kurt Tucholsky. Na gut, dann trifft es auch die Doppelrolle des Biedermanns und Brandstifters, die AfD-Funktionäre und Funktionärinnen dank medialer Assistenz so leutselig aufführen. Und unangefochten oft genug auch. Da mir diese Streichung von Berufswegen jedoch schwerfällt, zumindest einen Tucholsky-Text dazu, über Parallelen können Sie getrost meditieren, auch wenn wir hier die AfD nicht umstandslos mit der NSDAP gleichsetzen wollen. Rosen auf den Weg gestreut Weltbühne, März 1931 Ihr müsst sie lieb und nett behandeln, Erschreckt sie nicht, sie sind so zart. Ihr müsst mit Palmen sie umwandeln, Getreulich ihrer Eigenart. Pfeift eurem Hunde, wenn er kläfft, Küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Wenn sie in ihren Sälen hetzen, Sagt, ja und Amen, aber gern, Hier habt ihr mich, Schlagt mich in Fetzen. Und prügeln sie, So lobt den Herrn, Denn prügeln ist doch ihr Geschäft. Küsst die Faschisten, Wo ihr sie trefft. Und schießen sie, Du lieber Himmel, Schätzt ihr das Leben so hoch ein, Das ist ein Pazifistenfimmel. Wer möchte nicht gern Opfer sein? Nennt sie die süßen Schnuckerchen, Gebt ihnen Bonbons und Zuckerchen, Und verspürt ihr auch in eurem Bauch Den Hitler-Dolch, Tief bis zum Heft. Küsst die Faschisten, Küsst die Faschisten, Küsst die Faschisten, Wo ihr sie trefft. In diesem satirischen Refrain Hat Tucholsky übrigens Eine fragwürdige zeitgenössische Parole Der KPD umgedeutet. Sie lautete, Schlagt die Faschisten, Wo ihr sie trefft. Was in diesen späten Weimarer Jahren Leider gefehlt hat, War eine einmütige und wirksame Strategie Zur Eindämmung der NSDAP Und zur Verteidigung der Republik. Vor allem aber Haben genügend engagierte Demokratinnen und Demokraten gefehlt. Aber zurück zu unserem Programm. Drei Aspekte sind es noch, Die nicht fehlen dürfen. Die unbestreitbaren Gewinne, Die die digitalisierten Kommunikations- Und Mediensysteme erbracht haben. Eine medienwissenschaftliche Sichtweise Und unser aller Rolle In dieser digitalisierten Kommunikations- und Medienwelt Bis hin zu unseren kulturellen Und kommunalen Institutionen. Zum Positiven Brauche ich, glaube ich, Gar nicht so viel zu sagen. Selbstredend, Ohne Rechner, E-Mailing und World Wide Web Kann ich mir absolut kein Arbeiten Mehr vorstellen. Auch in meinen beruflichen, Meinen dienstlichen Kontexten Bietet das Netz Bietet das Netz Per Digitalisierung So viele Informationsquellen Und Fachtexte, Dass ich darauf in keiner Weise Verzichten möchte. Anderes versuche ich mit kritischem Verstand Und Augenmaß zu nutzen. Und das ist manches Mal Gar nicht so leicht. Und nur der Vollständigkeit halber. Ein Smartphone habe ich auch Und möchte es nicht missen, Weil es manchmal einfach praktisch ist. Deshalb gilt es, Die immensen Vorzüge Des Digitalen Vor seinen penetranten Kommerzialisierern Und Banalisierern Im Netz Und in den Medien Zu schützen Und uns gegen eine beständige Emotionalisierung, Gamifizierung Und Erregungsbewirtschaftung Abzugrenzen, Die unsere demokratische Kultur Auf tiefgreifende Weise Zu unterminieren drohen, Wenn wir nicht wirksam Gegensteuern. Der Medienwissenschaftler Prof. Dr. Bernhard Pörxen Von der Universität Tübingen Hat im Jahr 2018 Ein Buch veröffentlicht Mit dem Titel Die große Gereiztheit Wege aus der kollektiven Erregung. Darin untersucht er Die gesellschaftlichen Folgen der Vernetzung Und der Digitalisierung Und im Interview Mit der Neuen Züricher Zeitung Hat er erläutert Wir stellen einerseits fest, Was für ein ungeheures Geschenk an Informationen, An blitzschneller Verfügbarkeit Von hochinteressanten Ideen Wir durch das Internet haben Und sind gleichzeitig entsetzt Über ein live gestreamtes Video, Das eine Kloake aus Hass Und Bösartigkeit Aus dem Netz Emporspült. Wir sehen Gedanken Und Bewusstseinsströme In neuartiger Direktheit Bestialisches, Banales, Relevantes, Irrelevantes Diese Dauerkonfrontation Mit dem Unterschiedlichsten Löst eine Stimmung Der Gereiztheit aus Wir sind gereizt, Weil unsere Idee von Wahrheit Pulverisiert wird Gereizt, weil gerade noch verehrte Vorbilder Auf einmal im grellen Licht der Smartphone-Videos Sich als total gewöhnliche, Vielleicht auch äußerst unangenehme Wesen zeigen Wir sind gereizt, weil wir sehen, Wie zivilisierende Diskursfilter wegbrechen Und fast alles sagbar geworden zu sein scheint Wir sind gereizt, weil wir auch erleben, Dass wir selbst angreifbar werden Auf der Weltbühne des Netzes Ich glaube, dass tatsächlich eine publikative Eigenenrechts entstanden ist Die fünfte Gewalt der vernetzten Vielen Ich würde sagen, wir sind im Moment In einer Übergangsphase von der Mediendemokratie Alten Typs hin zu einer Empörungsdemokratie Jeder kann sich nun zuschalten Ich glaube ganz grundsätzlich Menschen sind gewissheitsbedürftige, Bestätigungssüchtige Wesen Das ist keine sehr gute Nachricht Nun haben wir aber eine Informationssituation In der Ungewissheit zum medial produzierten Dauerzustand wird Sehr viel Information unklarer Herkunft Aus diffusen Quellen führt dazu, Dass Gerüchte und Falschnachrichten Leichter verfangen Wir Menschen wollen Gewissheit Und können sie doch nicht herstellen Immer mehr Information Macht die erfolgreiche Desinformation Wahrscheinlicher Technologiefolgenabschätzung Dieses Instrument politisch-gesellschaftlicher Reflexion Das im Zusammenhang der Großtechnologie Atomkraft Aus guten Gründen wirksam gewesen ist Das fehlt heute in der Breite des öffentlichen Diskurses Viel zu sehr, meine ich Die Erforschung und Konstruktion von Künstlicher Intelligenz Wird bei uns aus Furcht vor der chinesischen Konkurrenz In einer Geschwindigkeit vorangetrieben Die viel zu eindimensional motiviert ist Dabei müsste schon das sogenannte autonome Fahren Längst Anlass geben Zu einer gesellschaftlichen Verständigung darüber Wie wir in Zukunft eigentlich leben wollen Wo beginnt eine Entfremdung Ganz neuer Art und Dimension Wie weit greift letzten Endes Unser aller Entmündigung Wenn megalomane Datennetze und Rechnersysteme Die nur noch digitaltechnokratische Spezialisten steuern können Unser aller Leben bestimmen Und eine demokratisch-diskursive Kontrolle Illusorisch geworden ist Außerdem frage ich mich Wenn ich in 10, 15, 20 Jahren Pflegebedürftig werden sollte Gewährt mir dann meine Durchschnittspflegeversicherung Für Basisleistungen am Bett Nur noch einen humanoiden Roboter? Siri und Alexa lassen schon aufmunternd grüßen, oder? Wo bleibt das Wesen des Menschlichen? Möchte man erneut mit Otto Pankock fragen KI wird dieses technologische Feld Längst flott und traulich genannt Selbst die Wirtschaftsredaktion des Deutschlandfunks Die offenbar weitgehend Auf das Frankfurter Börsenpaket ausgelagert ist Interessiert zuvorderst Wie konkurrenzfähig KI ist Und was KI zur Wertschöpfung beitragen kann Werden wir in einem beschleunigten Digitalen Globalkapitalismus Zu einer durch und durch getriebenen Gesellschaft Technologisch nur nicht hinter die übermächtige Konkurrenz zurückfallen Zählt nichts anderes mehr Dazu ein Schlaglicht aus dem Nahbereich Der Blick auf unsere Schulen Unseren NRW-Landespolitikern Scheint durch die Bank Alles pädagogische Heil In der Digitalisierung zu liegen Wenn man in den Klassenzimmern Nur erst die Kreidezeit hinter sich gelassen habe Wäre alles gut Böse gefragt Soll dort auf mittlere Sicht Eine digitale Apparatepädagogik betrieben werden? Aus bildungsökonomischem Kalkül? Oder aus sträflicher Naivität? Die Historikerin und Geschichtsdidaktikerin Janett van Laak Ist vor einiger Zeit gefragt worden Welche pädagogischen Strategien man Gegenüber rechtsradikalen Schülern anwenden könne Sie hat unterstrichen Dass Schulunterricht zuvorderst als Soziales, als kommunikatives Und als Beziehungsgeschehen Verstanden werden muss Aus meiner eigenen Erfahrung als Schülerin, Studentin Dann als Lehrerin und Dozentin Aber auch als Mutter weiß ich Lehrer sind nur überzeugend Wenn sie zeigen, wofür sie brennen Und wo sie verletzbar sind Schüler spüren es Wenn Lehrer eine menschliche Begegnung zulassen können Und sie brauchen diese Begegnung Viele haben davor Scheu Deshalb sollte Lehrer nur werden Wer Schüler begleiten will Wer auch dagegenhalten kann Wenn Schüler provozieren Was bleibt zu tun? Wo sind die eigenen Handlungsspielräume? Beruflich und privat? Zunächst ein orientierender Blick Auf die öffentlichen Institutionen Denen ich mich zumindest Beruflich eigentlich verbunden fühle Und an denen ich gern Mich orientieren möchte Selbst das Deutsche Historische Museum In Berlin Selbst das Bundesarchiv Haben ihre ursprünglich so gut strukturierten Und informativen Websites Längst auf das Triviale Darstellungsvermögen Eines Smartphone-Screens eingedampft Bunt und easy So viele gefällige Bilder Mit der Folge Dass man sich an seinem großen Desktop-Bildschirm Der sich doch am besten Für Recherchen eignet Behandelt fühlt wie ein infantilisierter Ultrakurzsichtiger Ich bewege mich vielleicht auf dünnem Eis Ich weiß Aber ich kann mir nicht helfen Ich finde das degutant Bei den Universitäten Sieht es ja nicht anders aus Gehen also selbst Spitzeninstitutionen Von Bildung und Kultur Davon aus Dass diejenigen Die sich über sie Und bei ihnen informieren wollen Das ohnehin nur noch Quick and dirty Zwischentür und Angel Per Smartphone tun Trauen sie niemandem mehr Ein größeres Endgerät zu Und das Interesse Sich mit etwas Ruhe Und Konzentration zu vertiefen Leider ist diese reduzierte Visuelle Syntax Längst ubiquitär Je näher es einem ist Desto mehr bedauert man es Der LWL Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe Mit seinen so kompetenten Kulturdiensten Hatte zuvor eine so gute Übersichtliche Informative Internetpräsenz Kann man überhaupt Auf irgendeiner Ebene Einfluss nehmen Auch im kommunalen Rahmen Bei Kreisen Städten und Gemeinden Kann man sich durchaus fragen Geht es immer mehr Um den Tauschwert Medialer Selbstperformance Statt um die Qualität Und den Gebrauchswert Der eigenen Dienste Und Leistungen Hat man nicht mehr Das Vertrauen Dass die Menschen vor Ort Einen in aller Regel Für kompetent und Bürgerfreundlich halten Machen Bürgerinnen und Bürger Diese Erfahrungen Nicht zur Genüge Und ist es eigentlich Vertretbar Dass Kommunen Wie die allermeisten Öffentlichen Staatlichen Institutionen Den Nutzern ihrer Websites Immer wieder neu Die Installation Von Cookies abpressen Wird man damit Nicht unweigerlich Zum Handlanger von Google und Co. Und deren höchst Zweifelhaften Geschäftsmodellen Mit Mega Datenpools Von Jedem Einzelnen Und jeder Einzelnen Von unserer aller Bewegungen und Interessen Und Warum reicht es nicht Informative Übersichtlich Und schlüssig Gegliederte Internetseiten zu pflegen Die in aller Gebotenen Transparenz Über alles Relevante Informieren Die für Jedermann und jede Frau jederzeit Zugänglich sind Ergänzt durch Regelmäßige Newsletter Von mir aus Müssen Städte und Gemeinden Wirklich proaktiv Scheußliches Wort Über einen ganzen Strauß Von Social Media Kanälen An die so ominöse Wie verklärte Manches Mal launische Anarchische Und leicht erregbare Netzgemeinde heran Muss man an die Digitalen Stammtische Herantreten Um dort immer wieder Mit den eigenen kommunalen Infos und Messages Hausieren zu gehen Was für eine Haltung Fördert man damit Fällt die uns nicht Vielleicht irgendwann Auf die Füße Ich meine jetzt Überhaupt nicht Hartz-IV-Empfängerinnen Und Empfänger Aber ohne eine Balance Zwischen Fördern und Fordern im Miteinander Funktioniert ein vitales Demokratisches Gemeinwesen nicht Rede ich mich längst Um Kopf und Kragen Aber Fragen wird man Doch aufwerfen dürfen Das ist ja überhaupt Die Grundintention Unseres Programms Fragen aufzuwerfen Zum Fragen anzustiften Aus sehr Uneigennütziger Sorge Wir bilden uns jedenfalls Nicht ein Die zweifelsfreien Antworten zu haben Damit kommen wir Gemäß Tucholskis Empfehlungen Auf direktem Wege Zum Schluss Sofern Sie noch dabei sind Meine Damen und Herren Zwei versöhnliche Empfehlungen an Sie An uns alle Was unser persönliches Unser individuelles Verhalten betrifft Wir wissen im Grunde doch Was wir tun können Bildhaft ausgedrückt Vielleicht öfters Etwas Wasser In diesen digitalen Schaumwein gießen Damit wir halbwegs Nüchtern bleiben Es geht ja nicht darum Ihn pauschal zu verschmähen Die zweite Empfehlung Vermittelt Wie kann es sein Kurt Tucholsky Ihm gebührt Das letzte Wort Er zeigt uns Dass es im Grunde Keine neue Herausforderung ist Der wir gegenüberstehen Die Parole Lautertes feines Stück Geschrieben 1927 In Berlin ist das so Die spannende Spannung Dies, dass alle Immer von einer Sache Besessen sind Die pumpen sie dann Künstlich hoch Blasen sie auf Schwelgen in konstruierter Wichtigkeit Das ruht nicht In sich gefestigt Das hat keinen Mittelpunkt Und weiß noch nicht Dass das wahre Kennzeichen Eines Weltstädters Gelassene Indifferenz ist So aber wächst Keine Tradition Und über diese Partie Des Berliner Kulturlebens Könnte man Dieses Plakat setzen Das da an allen Restaurants pappt Gänzlich neu Renoviert Monatlich Wechseln die Parolen Und alle Werden von allen Befolgt Die Uniformität Des Denkens Ist beim Deutschen Bis zur Lebensgefährlichkeit Ausgebildet Was wir 1914 Schaudernd erlebt haben Keiner bleibt zu Hause Alle laufen sie mit Denn wo käme man hin Wenn man in sich ginge Und immer wenn ich die Eiligen, hetzenden Und drängenden Berliner sehe Wie sie emsig Und hart um sich blicken Dass auch ja Keiner mehr habe Als ihm zusteht Also als sie selbst besitzen Dann fällt mir jener Alte Mann ein Der vom Fenster Seiner Parterre-Wohnung aus Die Leute in der Gasse Narrte Am neuen Tor Lauft der Lachs Und er schmunzelte Nicht schlecht in seinen Bart Als sie davon eilten Den laufenden Lachs zu sehen Als aber die Gasse Schwarz war Von schwatzenden Und drängenden Da wurde ihm Nachdenklich zumute Und er sah seinen Spazierstock an Und ergriff ihn Und sprach Vielleicht lauft doch Und schon stand er Und schon stand er auf der Gasse Berlin gibt sich Alle vier Wochen Eine neue Parole Verhöhnt die Alte Und sucht Den Lachs Von schwatzendem Von schwatzendem Von schwatzendem